Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf meinem Techkanal. Ich konnte bereits in der Vergangenheit euch neue Produkte vorstellen, einbauen, euch alles zeigen, was ich hier so alles bekommen habe, damit ich es teste und es euch rüberbringe. Diesmal habe ich wieder mal, weil das andere Video so gut war, hier von Soundpeats was Neues bekommen. Diesmal einen super schönen kabellosen, nicht ein Headset, sondern ein Kopfhörer. Die Headset, die hatte ich damals ja auch schon bestellt, das sind die hier, die waren schon gut und jetzt bin ich mal gespannt auf diesen Kopfhörer, den man ja immer verwenden kann bei allen Aktivitäten. Und ob das stimmt, was sie hier so versprechen, das schauen wir uns nach dem Intro beim Unboxing an. Auf geht's! Wir machen gemeinsam mal die Unboxing. Ich habe die Folie schon mal abgemacht, das erwartet euch, wenn ihr das so aufmacht, dann erscheinen schon direkt diese Prachtexemplare. Wie ihr sehen könnt, auch schön verpackt mit dem ganzen Schwarz und in Weiß. Ich hätte mir den auch in Schwarz wünschen können, den gibt es glaube ich auch in zwei Farben. Das tue ich mal zur Seite, dann haben wir mehr Platz. Ich hoffe, ihr könnt auch alles sehen. Mal gucken, was hier alles drin ist und dann testen wir natürlich hier diese schönen Kopfhörer. Die sind auch schon extra gekennzeichnet, damit man die eben halt rechts, links sich am Ohr dran tun kann. Mal gucken, was hier noch alles so drin ist. Ah, hier ist noch so eine Schachtel. Mal gucken, was so in der Schachtel drin ist. Ich versuche immer die Kameraposition neu zu finden, damit ihr mehr sehen könnt. Große Schachtel, aber nicht viel drin. Okay? Einmal, achso, so Kabel, wenn man direkt über Kabel hören will und nicht über Bluetooth, denke ich mal. Und Ladegerät für die Akkus, denke ich mal. Ja, C-Buchse, das ist jetzt ja schon Standard, fast schon überall, dass es nur noch diese C-Buchsen gibt. Ja, das ist alles, was hier drin ist und natürlich eine schöne Beschreibung. Ich denke mal, gibt es auch auf Deutsch. Ich mache mich mal schlau, lad das Ding mal vielleicht noch, das zeige ich euch da auch und dann schauen wir mal, was das Ding so alles kann. Wie ihr sehen könnt, habe ich das hier schon am Ladegerät getan, weil das Original ist ein bisschen so kurz und ich habe nicht direkt hier irgendwo eine Steckdose. Deswegen habe ich hier mein altes genommen. Es geht ja, Hauptsache wichtig ist nur, dass es eine C-Buchse ist. Dann kann man es auch schon laden. Und ich habe gerade gelesen, wenn man 10 Minuten nur geladen hat, hat man schon für 12 Stunden Akkulaufzeit. Ist das nicht toll, Leute? Und hier auf der anderen Seite, hier an der Seite hier, da kann man das auch nochmal, so ist es besser, erkennen. 125 Stunden Akkulaufzeit, sogar beim, einfach so wie es ist, beim Playtime und der hat auch hier diese Hybrid-Aktiv-Noise-Connection. Das zeige ich euch dann nachher, was das alles so auf sich hat. Ich hatte gerade noch die Rückseite, wartet. So, hier habe ich nochmal die Rückseite, hier steht dann auch nochmal alles ein bisschen klein, da ist die Bluetooth 15, steht das 15? V 5,3, so, ich muss das schon hier so, na, aber lest mal selber, ihr könnt das ja hier so besser lesen. Playtime, was ich euch gerade gesagt hatte, 123 Stunden, Batteriekapazität 1000 mAh pro Stunde und natürlich hier diese CE, da ist ja wichtig, dass das alles geprüft ist. Sonst wird der gar nicht hier in Deutschland verkauft werden dürfen. Ich habe mal hier die Seite aufgemacht, wo das alles nochmal zu sehen ist, mal gucken, vielleicht können wir uns das gleichzeitig mal anschauen, wenn ihr da mal hinschaut, da kann man sich dann informieren. Der Link, der ist dann hier unten, ihr kriegt sogar 5% Rabatt und hier stehen dann die ganzen Sachen nochmal drauf, was er so alles hat. Das meinte ich gerade mit dem Hybrid Aktiv, die Geräuschunterdrückung, ja, könnt ihr so nochmal besser sehen. Und dann hat man noch die Möglichkeit, hier kann man es besser sehen, Imitationsleder aus Protein sogar, ja, ich mache das mal hier ab, das meinen die damit. Langsamer Rückprall Schaumstoff, ja, das ist auch richtig schön. Verstellbare Metallverfizierung, wenn es so schon passt, ist gut, wenn nicht, könnt ihr das hier auch nochmal so an beiden Seiten auseinanderziehen. Und atmungsaktiv ist es auch. Außergewöhnlicher Komfort. Das, was ich euch gerade auch nochmal erzählt hatte, 123 Stunden bei normaler Nutzung, 61 Stunden bei normaler Nutzung, nee, im aktiven Zustand, so, wenn man den richtig voll benutzt. Und 10 Minuten Aufladen für 12 Stunden Wiedergabe, hatte ich euch ja gerade auch schon erzählt. Und dann habt ihr eine Woche sorglos genießen. Bluetooth 5,3 plus Multipoint Verbindung, Multipoint, das heißt, ihr habt sogar zwei Points davon, wenn ihr zwei Sachen Bluetooth habt, dann könnt ihr euch aussuchen, welches ihr haben wollt. Das meinen die damit. Und hier gibt es dann auch nochmal so ein Video, vielleicht können wir uns den ja auch nochmal anschauen. Und das erzähle ich euch dann ja gleich auch, wie das alles geht. Aber so ist das doch viel einfacher, wenn ihr das schon direkt sehen könnt. Und genau. Mit Bluetooth verbinden, das machen wir gleich auch alles. Nach dem ersten Verbindung werden die Kopfhörer beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät erneut verbunden. Auch nicht schlecht. Die Anzeigenleuchte blinkt abwechselnd, aber ich versuche das gleich euch nochmal im Detail zu erzählen. Dann laden wir uns natürlich gleich auch noch die App runter und testen es selbst. Mach gucken, ob das alles stimmt, was die hier uns erzählen. Da bin ich mal gespannt, ob das auch tatsächlich bei uns auch gleich klappt. Ihr könnt hier auch schon sehen, wie teuer es ist. Mit dem Coupon nochmal 20% und mit meinem Coupon unten nochmal 5%. Seid ihr so bei 60 Euro. Wirklich gut mit dabei. So, wir versuchen das jetzt auch mal einzuschalten, so wie wir das gesagt haben. Lange auf die Power-Taste drücken. Ja, es ist an. Konntet ihr das hören? Ist ein bisschen schwer zu erzählen, aber ihr könnt euch, wie gesagt, das Video dann auch nochmal euch anschauen. Dann wisst ihr, wie das geht. Das hier heißt, du bist schon an, also ist an. Jetzt müssten wir, ich hole mal mein Tablet dazu, vielleicht können wir den ja mit dem verbinden. Ich habe das jetzt mal verbunden. Ich höre mich jetzt irgendwie ganz anders. Soundspace. Der ist jetzt mit mir verbunden. Mal gucken, ob wir denn jetzt auch gleich noch Musik hören können. Wegen Copyright und so muss ich ja mal ein bisschen aufpassen. Ich bin jetzt hier mit verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Warte, ich mache mal andersrum. Er ist wirklich gut, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. So geil habe ich noch nie Musik gehört. Schließt auch alles schön ab. Und mit dem Taster hier kann ich dann auch noch Rauschunterdrückung. Warte, wo ist der? Muss ich erstmal selber suchen. Ah, da ist er. So. Task 2. Jetzt mit Rauschunterdrückung. Jetzt höre ich mich besser. Gerade war richtig Rauschunterdrückung. Jetzt kann ich mich selber noch hören. Jetzt ist wieder was passiert. Jetzt höre ich mich gar nicht mehr. Wenn jetzt ein Anruf kommen würde zum Beispiel. Der hat ja auch noch hier Mikrofone. Da, wie ihr sehen könnt, beide Seiten. Könnte man auch noch telefonieren. Ich mache mal wieder Musik. Wo ist das Teil? Ich muss immer wieder suchen. So, jetzt haben wir wieder Musik. Ich müsste jetzt nur noch mit dem Anruf noch probieren. Mal gucken, wenn ich mich gleich anrufen kann. Ob das auch tatsächlich klappt. Auf jeden Fall bin ich zufrieden. Der Bass fehlt mir ein bisschen. Aber man kann ja so eine App runterladen. Ich schreie jetzt bestimmt, weil ich höre mich ja selber nicht. Aber ihr könnt ja auch noch mal hören. Ja, es wird nicht krass. Ich könnte mich daran gewöhnen. Wir probieren das natürlich auch im Freien gleich noch aus. Zehn Meter kann man jetzt weggehen. Ich könnte jetzt in die Küche gehen und trotzdem noch Musik hören. Oder eben halt. Wenn jetzt ein Anruf kommen würde, ich probiere das mal, ob das auch mit dem Anruf klappt. Hier einfach bei Play Store oder wenn ihr Apple habt, bei Apple, dann könnt ihr hier das hier euch runterladen. Ich habe jetzt aus Versehen den Musikplayer auch noch mal mitgemacht. Aber schadet ja nicht. Aber das ist die richtige App. Soundbeats. Den öffnen wir jetzt mal. Und hier muss man dann alles zustimmen und so. Ich stelle mal alles ein und mal gucken, was man, wie gesagt, hiermit noch alles so steuern kann. So, ich konnte mich schon direkt anmelden. 100% sogar Akkuleistung. Und dann kann man hier alles gucken. Mehmet OE Business. Das ist das, was ich meinen Business-Kanal eben teilt. Und jetzt kann ich hier bei den Einstellungen Sprache. Müsst ihr euch mal durchblättern. Das wird jetzt wieder den Rahmen sprengen. Ich mache mal alles ready und melde mich gleich wieder. Hier habt ihr das Ganze nochmal. Lautstärke könnt ihr hier sogar auch noch mit einstellen. Ich lasse den mal so in der Mitte. Sogar Equalizer. Den machen wir am besten auch an. Und Voreinstellung ist auf klassisch. Den könnt ihr hier dann eben halt separat auch einstellen oder zurücksetzen. Rauschunterdrückung. Normaler Modus. Das ist das, was ihr mit diesem einen hier an der Seite. Wo ist das? Hier mit dem. Einmal, zweimal, dreimal drauf drückt. Dann habt ihr diese Sachen hier. Verbindung mit zwei Geräten habe ich extra noch gemacht. Spielmodus muss ich nicht haben, weil ich nicht spiele. Aber Verbindung mit zwei Geräten, das ist gut. Ich verbinde den jetzt gleichzeitig auch nochmal mit dem Handy wegen dem Anrufen. Ob das klappt, ja, das sind die Sachen, was man mit dem hier noch alles einstellen kann. Und wenn ihr dann noch Produkte sucht, gibt es dann hier auch noch verschiedene Produkte, was ihr euch dann auch nochmal mit verbinden könnt. Ja. So, ich versuche jetzt nochmal mit dem Anrufen, ob das klappt. Ich probiere jetzt mal was, Leute. Ich habe jetzt gerade hier mein Video, bin ich gerade hier am Hören. Könnt ihr hören. Und ich lasse mich jetzt mal anrufen. Ah, jetzt kommt Anruf. Der ist jetzt von hier weggegangen. Und jetzt kommt Anruf. Mal gucken, ob ich den hier annehmen kann. Ja, hallo. Hallo, hörst du mich? Hallo, ja, ich höre dich sehr gut. Wow, da ist aber jetzt richtig laut. Ja, super. Das hat geklappt. Ich war mit dem anderen Gerät verbunden, obwohl ich da Musik gehört habe oder beziehungsweise mein Video gehört habe. Und jetzt kam ja mit dem anderen Gerät, das ist so ein, du kannst dich mit zwei verschiedenen Geräten sogar verbinden. Dann hört dir das andere auf und jetzt das Telefon ist gekommen und jetzt kann ich dich hören. Sag mal was, mal gucken, ob man das hört. Hörst du mich auch ganz gut? Sehr gut. Ja, ich höre dich sehr gut. Sehr laut und deutlich. Ja, super. Schön, dass du mir geholfen hast. Oh, ich höre dich perfekt. Und es gibt eine Möglichkeit hier mit diesem Knopf hier. Wenn ich mich, ich höre mich jetzt ganz lang, leise. Und wenn ich jetzt hier diesen Knopf, ich muss ja erst mal nur finden, wo der ist. Warte mal. Ach, hier ist er. So, jetzt habe ich ihn gefunden. So. Jetzt habe ich einen Normal-Mode. Jetzt kann ich mich auch besser hören, dann ist man nicht so eingepresst. Cast True, keine Ahnung, was das heißt. Oh, jetzt höre ich mich sogar noch besser. Das ist wirklich gut. Der hat zwar kein Mikrofon, wie mein altes Gerät hier. Ich hatte schon mal sowas hier. Leute, schaut mal. Hier mit so einem Mikrofon. Und der hat die Mikrofone schon direkt hier eingebaut. Klappt. Wunderbar. Ich danke, dass du angerufen hast. Wir sehen uns später. Ciao. Boah, das hat wirklich geklappt, ey. Und das tut auch nicht weh hier in den Ohren oder so, weil das so schön hier alles schön gepolstert ist. Ja, das war doch schon mal ein Erfolg, dass das auch tatsächlich klappt, was die Versprechen mit zwei Geräten. Das ist, glaube ich, auch neu, dieses System, dass man eben halt verschiedene Geräte koppeln kann. Wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal raus, wie das überhaupt draußen mit Wind und Geräusche, vielleicht mal im Bus mal mitfahren und so, wie es das ist. Bleibt einfach dran. So, auch wenn ihr in der Stadt mal hier so ein bisschen rumläuft, könnt ihr Musik hören, verrutscht nichts, ist alles gut ohne Kabel, ohne nichts. Und wenn jetzt auch noch Telefon kommen würde, einfach annehmen und telefonieren. Auch das klappt wunderbar. Oder natürlich, wenn ihr so im Bus seid hier, ist jetzt keiner drin, ist jetzt nur eine Vorführung, könnt ihr natürlich auch alles hören und braucht dann das hören, natürlich, was ihr wollt, auch vom Handy. Und nicht hören, was hier die Leute erzählen, aber mit dem Auge immer, wo ihr aussteigen müsst. Oder wenn ihr ganz hinten sitzt, zum Beispiel, gehe ich jetzt mal hin, zum Beispiel, hier hinten ist ja auch der Motor. Und ihr mögt keinen, so ein Citaro Sound, dann könnt ihr da eure eigene Musik hören. Aber jetzt testen wir nochmal, wie weit das tatsächlich zu hören ist. 10 Meter hatten die gesagt. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus und glaubt, dann haben wir alles durch. So Leute, ich habe da mal Musik laufen. Ja, und. Hört ihr hier auch. Ihr wisst ja, so ein Mercedes ist so ein Gelenkwagen, 18 Meter lang. Jetzt gehen wir mal gemeinsam hier rein. Und noch kann ich alles hören. Hört ihr ja mit. Original, mein Handy ist nur hinten im Auto und man kann immer noch hören. Boah, jetzt müssten wir aber schon 10, 20 Meter schon weg sein. Ich kann immer noch hören und ihr auch, oder? Ja, jetzt bin ich schon fast hinten. Also 18 Meter ist schon der Bus. Und davor waren auch noch, also ich bin jetzt locker 20 Meter entfernt und klappt wunderbar. Und das im Freien. Wenn man zu Hause ist, eben in der Küche. Boah, ich muss mal leise machen hier. Wo ist das Teil? Hier. So, jetzt kann ich mich auch besser hören. Aber wie gesagt, das Teil kann ich empfehlen. Das Video ist zu Ende. Ich bin wieder zu Hause. Jetzt kann ich auch wieder normal reden. Also dieses Teil ist wirklich gut. Hat mich überrascht. Hat alles, was man braucht. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Ist wirklich krasses Teil. Für das Geld unter 100 Euro. Und mit dem Rabattcode hier unten dann natürlich noch günstiger. Bis zum, was haben die gesagt? Da ist irgendein Datum. Müsst ihr mal gucken, was sie mir da angeboten haben. Damit ihr euch eben halt das euch anschaut. Und es euch auch bestellt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis in einem anderen Video. Auf dem Tech-Kanal. Oder ich habe ja noch drei andere Kanäle. Auf einem von den Kanälen. Bis dann. Euer Memeruwe. Ciao Leute.